Genauso ist es wahrscheinlich, Herr Hafenweger. Was kann man jetzt zu diesem Ergebnis sagen? Es ist ja nicht wirklich jetzt ein schöner Tag. Naja, ein Ergebnis, wo man mehr als 9% verliert, ist natürlich kein Tag zum Jubeln, keine Frage. Aber man muss sich trotzdem immer die Frage stellen, in welchem Kontext ist eigentlich dieses Ergebnis zustande gekommen. Und wenn ich mir anschaue, wie gegen uns kampagnisiert worden ist, wie massiv die Kronenzeitung alleine hat uns 25 ganze Seiten gewidmet in den letzten Wochen, dann würde ich doch von einem achtbaren Ergebnis sprechen. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, dem Mario Kunusek und seiner Mannschaft zu gratulieren zu diesem aus ihrer Sicht fehlerfreien Wahlkampf. Und möchte mich auch natürlich bei den Steirinnen und Steirern bedanken, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Wird man da jetzt auch mit Wien sprechen, dass manche Sachen nicht gehen, weil es ist ja einiges passiert jetzt in letzter Zeit. Gibt es da auch, dass man sagen kann, okay, Sie haben jetzt die Verantwortung über das Ganze? Nein, schauen Sie, ich glaube, das Wichtigste für die freiheitliche Partei ist jetzt einmal Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen, auch dafür zu sorgen, dass die vielen, vielen Wähler, die auch heute in der Steinmark hier zu Hause geblieben sind, dass die wiederum zurückkommen zu den Wahlurnen. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Und der zweite wichtige Auftrag, den wir haben, ist, dass wir auch dafür sorgen, dass wir wieder mit politischen Themen punkten können. Das können wir natürlich nur zum Teil selbst beeinflussen, weil wie man in den letzten Wochen gesehen hat, kommen immer wieder zur Unzeit plötzlich Informationen aus Behörden, irgendwelche Chatprotokolle tauchen auf, noch sonst irgendwas. Also hier müssen wir tatsächlich schauen, dass wir mit Themen punkten und das wird auch unser Anspruch sein. Wie soll das jetzt passieren in den nächsten Wochen oder Monaten? Hat man da jetzt schon einen Plan, dass man wieder rauskommt aus dieser ganzen Affären-Geschichte? Nein, Sie dürfen eines nicht vergessen, seit der sogenannten Ibiza-Affäre ist Wahlkampf und Wahlkampf. Es hat begonnen mit der Europawahl, es war nun der Nationalratswahlkampf, es war Vorarlberg, es ist jetzt die Steuermarkt. Das heißt, wir sind im Prinzip in einem Dauerwahlkampf seit Mai und das ist für diese ganze Gemengelage natürlich auch, was Dirty Campaigning und Wahlkämpfen betrifft, natürlich nicht unbedingt die beste Ausgangssituation. Das heißt, ich erwarte mir schon, dass nach dem Wahlreigen, der jetzt dann mit dem Burgenland endet, dass dann auch einmal wieder mehr Sachlichkeit in die Debatte kommt und da werden wir alles daran setzen, auch politisch wieder punkten zu können. Heinz-Christian Strache war gestern auch auf der Raucher-Demo, da war er sehr euphorisch und jetzt sagt er auch, er will wieder zurückkommen zur FPÖ. Ist das jetzt noch relevant? Schauen Sie, Heinz-Christian Strache hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aus verschiedensten Positionen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zuletzt bei einer großen Pressekonferenz, bei der Sie vielleicht auch gewesen sind, wo er vor zig Kameras gesagt hat, dass er zieht sich endgültig aus der Politik zurück. Gestern war er auf der Raucher-Thema, heute möchte er wieder Landesparteiabend in Wien werden. Also ich würde ihm wirklich raten und empfehlen, an zwei Dinge zu denken. Erstens einmal ein bisschen Selbstreflexion zu üben und dann auch in sich zu gehen und darüber nachzudenken, wer diese Situation für sich analysieren würde, wäre er jetzt selbst Parteiobmann.